und in der top 3 sein das probiere ich jetzt dass ich das schaffe, müsste eigentlich easy going sein weil hier zack also man darf auch normal killen aber es müssen halt 3,3,6 mindestens dabei sein aber ich versuche sowieso mehr also es ist ja bebe einfach guck hier noch einer guck hier keiner also so leicht ist es doch nicht aber es geht eigentlich wenn man ein bisschen Skills, Bogenskills hat dann geht es da treffe ich sowieso ein oh Gott wie viel Pech muss man haben, Alter es stehen 5, 7 Leute und ich treffe gar keinen so, einer kann natürlich nicht drin sein das Spiel hasst mich ok, nein nein, 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 ok noch einer also 4 waren es glaube ich ich stelle da irgendwie immer nicht mit ich weiß nicht nein, wieso wurde der zurückgelegt keine Ahnung ich snack mir einen von da hinten oder ich snack mir gar keinen so, dann den nicht kriegen ist das geil ist das geil oh nein hinter mir ist einer kommen wir auch noch tot nein, das war nichts der muss jetzt der muss jetzt leider sterben nicht ich er mann mann schön schwulen 360 sie man ich mach das jetzt irgendwie zu hektisch ich mach es viel zu hektisch jetzt mach es viel zu hektisch ich will unbedingt noch einen kill bekommen aber ich mach es einfach viel zu hektisch okay jetzt geht es wieder war nicht so hektisch und das war es waren 21 kills an dem Tag wo ich putze kam an ein zwanzigsten und dann einen Monat könnt ihr mal schätzen in die kommentaren ja weiß schreib auf jeden Fall mir mal ob ich die Challenge geschafft habe oder ob ich die irgendwie nicht geschafft habe wegen irgendeinem Grund die Twitch Shots 3-6-7 aufzählen und auf jeden Fall wenn es euch gefallen hat dann lasst aber mit der Post die Bewertung da und wir sehen uns dann nächstes Mal Ciao